Sei gegrüßt, sei gegrüßt, schön, dass du heute hier bist. Meine Seele führt dich, wenn du es erlaubst und wenn du es zulässt, in ein Energiefeld, in welchem du dein Bewusstsein erweitern kannst. Es ist das Energiefeld deiner persönlichen Seelenintelligenz. Und diese Seelenintelligenz ist mit deiner Akasha verbunden. Und so lasse dich tragen von den Energiewellen, welche sich bereits zu dir bewegen. Es sind die Energiewellen, welche über meinen Kanal zu dir fließen. Und so führe ich Energien aus der neunten Dimension jetzt zu dir. Öffne dein Herz und deinen Geist. Lass geschehen, was geschieht. Denn es wird für einen, jeden Einzelnen von euch, ein ganz bestimmtes persönliches Energiemuster sein, welches ihr spüren könnt. Dieses Energiemuster kommt aus der neunten Dimension und berührt jede einzelne Seele. Lasse dich tragen, lasse dich heilen und sei dir gewiss, dass du mehr bist als nur Mensch. Und sei dir gewiss, dass dein Wesen sehr wichtig ist, dass Mutter Erde dich liebt. Dass sie sich an dich erinnert und dass sie dich kennt. Dass du ein Teil von Mutter Erde bist. Und in diesem Moment fließt die Liebe von Mutter Erde in dein Herz hinein. Lass es zu und dehne dich mit dieser Liebe aus. Spüre deine Zugehörigkeit und wisse, dass du wichtig bist. Dass alles, jede Tat und jedes Wort, welches du sprichst, eine Auswirkung hat auf die Energien auf der Erde. Und dass du mit deiner Liebe und deinem Licht unserer Erde hilfst, sie unterstützen kannst. Und vielleicht erkennst du jetzt, welche Kraft und Größe in dir liegt. Es ist die Kraft eines hohen, nicht den Wesens, welches du bist. Dies zu erkennen ist deine Aufgabe. Und dies zu erkennen und zu spüren, dafür bist du heute hierher gekommen. Denn die Energien öffnen deinen Geist. Und sie berühren dein höheres Selbst. Es ist dein höheres Selbst, was das Bewusstsein für dich trägt. Und was dir ermöglicht, in die höheren Dimensionen aufzusteigen. Und dich selbst zu fühlen. Erkenne, dass deine Seele multidimensional ist. Und erkenne, dass du als Mensch hier auf der Erde das vergessen hast, aber dennoch alles in dir liegt. Und erkenne, dass alles in dir liegt. Und nehme dieses Wissen an. In diesem Moment beginnt sich deine Seele auszudehnen. Und die Energien fließen zu dir ein. Sie bestätigen, du bist auf dem richtigen Weg. Vertraue. Vertraue und gehe diesen Weg weiter. Und so werden dich diese Energien heute noch eine Weile begleiten. Du darfst sie einladen, sich mit deiner Seele in deinem Herzen zu verbinden. Mutter Erde wird es dir danken. Mutter Erde liebt dich. Bewahre diese Worte in deinem Herzen auf. Und sei dir bewusst, dass du hier immer einen Platz hast. Sei dir bewusst, dass du niemals allein bist. Sondern, dass Mutter Erde dich begleitet und dass du wichtig bist. Dass jedes Wort und jeder Gedanke von dir sehr wichtig ist. Und so genieße noch ein wenig die Energien. Sie tun dir gut. Und sie tun dir gut. Sie bringen deine Aura zum Schimmern. Und sie nehmen all das, was dich gerade belastet, jetzt von dir weg. Und du darfst, wenn es für dich jetzt richtig ist, erkennen, dass du tatsächlich alles in dir trägst. Und dass jede Weiterbildung, jede Beschäftigung mit der Spiritualität, jede Meditation dich weiterbringt. Und so gebe ich dir jetzt eine energetische Umarmung und sage dir, die Liebe Gottes ist bei dir. Smarana Smarana Wie Wie Untertitelung des ZDF, 2020